Berliner Platz Neu. Deutsch im Alltag. CD zum Lehrbuch 3. Kapitel 25. Alt und Jung. 3. Termine. Sag mal Mama, kannst du nächsten Mittwoch kommen? Ich muss unbedingt in die Stadt und mir Schuhe kaufen. Die Kinder möchte ich da nicht mitnehmen. Mittwochvormittag? Ja, das wäre mir am liebsten. Warte mal, ich hole mal meinen Kalender. Ich kann es ab 11 Uhr. Vorher bin ich beim Arzt. Hm, das ist ein bisschen spät. Und am Donnerstag? Kannst du da vielleicht? Ja, da habe ich den ganzen Nachmittag frei. Das wäre toll. Am Nachmittag geht Ella zu ihrer Freundin. Und dann müsstest du dich nur um Paul kümmern. Das passt mir gut. Die Freundin von Ella kenne ich ja und die wohnt ganz in der Nähe. Ich mache mit Paul einen Spaziergang im Park und Ella holen wir zum Abendessen wieder ab. Super, Mama, du bist ein Schatz. Danke. Hi, Werner. Kommst du vom Markt? Hallo, Karin. Ja, ich habe eingekauft. Wir bekommen Gäste zum Abendessen. Weißt du, wen ich auf dem Markt getroffen habe? Na, sag schon. Eben habe ich Klaus getroffen. Der hat mir erzählt, dass Dagmar und Horst umgezogen sind. Das gibt's doch nicht. Die haben hier doch über 30 Jahre gewohnt. Eine tolle Altbauwohnung mit Blick auf den Wochenmarkt. Doch, doch. Die sind in den Meisenweg gezogen. Ihr Wohnprojekt ist fertig geworden. Ach ja, ich erinnere mich. Irgendwann habe ich Horst getroffen. Und da hat er mir davon erzählt. So ein alternatives Altersheim. Äh, Altersheim? Naja, Altersheim stimmt vielleicht nicht ganz. Aber so ein Projekt mit mehreren Generationen. Genau. Das Projekt ist ein Mehrgenerationenhaus, wo Junge und Alte zusammenwohnen. Das ist echt interessant. Inzwischen leben da schon fast 30 Personen. Junge Familien mit Kindern, Alleinstehende, Geriatliche. 6. Alt und Jung A. Frau Schmieder ist eine Leihoma. Frau Schmieder, Sie sind seit einigen Jahren als Leihoma im Projekt Alt und Jung tätig. Können Sie uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind? Ja, seit einiger Zeit lebe ich allein. Meine Tochter ist mit ihrer Familie nach Kanada ausgewandert. Und mein Mann ist vor fünf Jahren gestorben. Ich fühlte mich sehr einsam und las dann einen Artikel über das Kinderbüro in der Zeitung. Da habe ich mich ganz spontan. Und dann haben Sie sofort über das Kinderbüro Kontakt zu einer Familie gefunden? Ja. Wir haben miteinander geredet und das Kinderbüro hatte mir eine Mutter mit zwei kleinen Mädchen genannt, die allein erzieht und arbeitet. Und die Mädchen sind vier und sechs Jahre alt. Und wie oft sind Sie in der Familie? So wie ich gebraucht werde. Die Mutter ruft mich an, wenn sie etwas vorhat oder mal abends ausgehen möchte. Und in den meisten Fällen kann ich dann einspringen. Und bekommen Sie Geld für die Tätigkeit als Leihoma? Nein. Das ist ehrenamtlich für die Leihgroßeltern. Eigentlich ist mir, mir ist schon die Zuneigung und die Liebe der Kinder Lohn genug. Und was machen Sie so, wenn Sie mit den Kindern tagsüber zusammen sind? Bei schönem Wetter gehen wir auf den Spielplatz und die Kinder können sich richtig austoben. Und wenn es regnet, machen wir Spiele oder ich lese den Kindern vor. Gerne hören die beiden auch was aus meiner Kinderzeit. Was genießen Sie denn besonders? Was macht Ihnen besonders Spaß mit den Kindern? Die Fröhlichkeit der Kinder. Die Freude am Spiel. Das Lachen. Ich fühle mich lebendig. Es ist einfach wunderbar. Braucht man denn nach Ihrer Meinung für die Tätigkeit als Leihoma eine bestimmte Qualifikation? Das würde ich nicht sagen. Man muss Freude am Zusammensein mit Kindern haben und den Kindern zuhören. Das ist das Wichtigste, finde ich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Schmitz, guten Tag. Hansen, Jana Hansen, guten Tag. Es geht um meine Tochter, die Nachhilfe in Englisch braucht. Ich wollte fragen, ob es noch einen Platz für Englisch gibt. In welcher Klasse ist sie denn jetzt? In der neunten Klasse. Ich glaube ja. Aber ich muss das erst mit Frau Schumann besprechen. Die ruft sie dann zurück. Moment. Vorher wüsste ich aber noch gern, wie viel das kostet, wann meine Tochter anfangen kann und ob sie eventuell auch in den Ferien kommen kann. Natürlich. Eine Stunde kostet zwölf Euro und die Termine müssen Sie direkt mit Frau Schumann besprechen. Wann kann man sie denn telefonisch erreichen? Vormittags ist es am besten. Meine Telefonnummer ist 73-54-24-58... Dialog 2 Stadtteilzentrum, Mattes, guten Tag. Guten Tag, Thilo Reimer. Wir haben in der Schule ein Projekt über die 50er Jahre und müssen eine Präsentation dazu machen. Ich habe Ihre Anzeige vom Erzählcafé gelesen. Kann ich da auch hinkommen? Ja, natürlich. Es sind öfter junge Leute dabei. Wie viele Leute kommen denn da? Äh, ich meine, wie viele Senioren sind denn da? Das ist ganz unterschiedlich. Aber zu diesem Thema haben sich schon einige angemeldet. Ich glaube, neun Personen sind es. Könnte ich vielleicht noch ein paar aus meiner Klasse mitbringen? Wir machen die Präsentation in der Gruppe. Ja, natürlich. Gerne. Wie viele soll ich denn in die Liste eintragen? Wir sind vier. Meinen Sie, man kann auch andere Themen ansprechen? Also nicht nur waschen? Ganz bestimmt. Im Anschluss an das Thema wird immer viel von früher erzählt. Und da sind Fragen von interessierten jungen Leuten immer sehr willkommen. Super. Dann ist unsere Präsentation ja schon fast fertig. Naja, schauen wir mal. Dialog 3 Erzählungsberatungsstelle Müller. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Evelyn Braun. Ich habe Probleme mit meiner Tochter und würde gern mal in eine Beratung kommen. Ich habe Ihre Telefonnummer von einer Freundin. Kann ich bei Ihnen einen Termin bekommen? Ja, natürlich. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Sie wird im Sommer fünf Jahre alt und geht hier in den städtischen Kindergarten. Ein erstes Informationsgespräch dauert ungefähr eine Stunde. Wann geht es bei Ihnen? Vormittags oder besser nachmittags? Nachmittags ist mir lieber. Vormittags arbeite ich. Da wäre der nächste Termin mit Frau Metz am 7. Mai um 14.30 Uhr. Was? So spät? Das sind ja noch fast zwei Monate. Ja, wir haben leider lange Wartezeiten. Kann ich nicht früher einen Termin bekommen? Es ist schon sehr dringend. Ich weiß nicht mehr weiter und in zwei Monaten... Kapitel 26 Was kann ich für Sie tun? 1 Im Hotel Dialog 1 Hotel Regent, Sie sprechen mit Frau Maischberger. Was kann ich für Sie tun? Brandauer, guten Tag. Ich bekomme nächstes Wochenende einige Gäste und wollte nachfragen, ob bei Ihnen zwei Doppelzimmer frei sind. Einen Moment bitte. Ja, da sind noch Zimmer frei. Aber ich empfehle Ihnen, gleich zu reservieren. Was kostet denn ein Zimmer? 79 Euro für ein Doppelzimmer. Da ist das Frühstück inklusive. Gut, dann möchte ich die Zimmer gleich reservieren. Gut, Frau Brandauer. Die Reservierung ist bis Freitag 18 Uhr gültig. Vielen Dank. Kerngeschehen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Das war alles. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Brandauer. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Ja, sehr gerne. Wie lange dauert es, bis es kommt? Es ist in fünf Minuten da. Dann warte ich gleich hier. Wer ist da? Zimmerservice. Ich wollte nur sehen, ob ich schon das Zimmer sauber machen kann. Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin in zehn Minuten draußen. Danke. Aber lassen Sie sich ruhig Zeit. Rezeption. Was kann ich für Sie tun? Breuer hier. Zimmer 312. Ich wollte nur fragen, ob ich in Ihrem Restaurant noch etwas zu essen bekomme. Tut mir leid, Herr Breuer. Heute ist Montag und am Montag ist das Restaurant immer geschlossen. Aber ich kann Sie direkt mit der Küche verbinden. Dort können Sie etwas bestellen und der Zimmerservice bringt Ihnen das Essen aufs Zimmer. Ja, gerne. Ein Moment, bitte. Küche? Ja, Breuer hier. Ich möchte gerne etwas zu Essen bestellen. Was hätten Sie denn gern? Einen Schnitzel mit Kartoffelsalat. Wie ist Ihre Zimmernummer? 312. Gut, Herr Breuer. Wir servieren Ihnen das Essen aufs Zimmer. Vielen Dank. 2. An der Rezeption. B. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Henning. Die Spedition Höhne hat für mich ein Zimmer reserviert. Herzlich willkommen, Herr Henning. Ich schaue gleich mal nach. Hm, ich kann Sie nicht finden. Herr Henning, können Sie mir noch einmal den Namen und die Anschrift Ihrer Firma nennen? Ja, natürlich. Höhne. Spedition Höhne in 86150 Augsburg. Moment, Herr Henning. Ich frage mal meinen Kollegen. Ich kann den Auftrag Ihrer Firma im Moment leider nicht finden. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Herr Henning. Aber ich habe die Reservierung gefunden. Sie bekommen ein Einzelzimmer. Aber auf dem schriftlichen Auftrag Ihrer Firma sind zwei Einzelzimmer reserviert. Das stimmt. Mein Kollege, Herr Petersen, kommt erst morgen. Er ist heute noch bei einem Kunden. Ach so, dann ist der Auftrag ja korrekt. Ich habe Sie nämlich nicht gefunden, weil gleich zwei Zimmer reserviert waren. Dann schaue ich mal, welches Zimmer Sie bekommen. Ich möchte gerne ein ruhiges Zimmer. Bitte nicht zur Straße raus, wenn das möglich ist. Moment. Ja, das lässt sich machen. Dann bekommen Sie das Zimmer 402. Hier, Herr Henning, ist die Karte. Damit können Sie Ihr Zimmer öffnen. Der Aufzug ist da drüben. Ihr Zimmer ist im vierten Stock. Danke. Können Sie mich morgen früh wecken? Ja, selbstverständlich. Um wie viel Uhr? Um 5.30 Uhr. Ist notiert. Drei. Ich habe ein Problem. B. Dialog 1. Sie sprechen mit Petra Hansen, Rezeption. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben mir gerade die Schlüssel für das Zimmer 109 gegeben. Aber das Zimmer ist schmutzig und noch nicht aufgeräumt. Dialog 2. Ja, Frau Kranich-Reibenau. Kann ich noch etwas für Sie tun? Unser Zimmer ist nicht das Richtige. Wir hatten ein Doppelzimmer gebucht. Kein Einzelzimmer. Dialog 3. Dunja Breiter, Rezeption. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte fragen, ob ich kein anderes Zimmer bekommen kann. Zimmer 303 liegt direkt zur Straße raus und man kann da nachts unmöglich schlafen. Dialog 4. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich hatte vor einer Viertelstunde ein Taxi für 10.30 Uhr bestellt. Jetzt ist es schon Viertel vor elf. Aber bisher kam keins. Fünf. Ein Telefongespräch. Guten Tag. Mein Name ist Ernie. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich heiße Alma Rotler. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Einen Moment. Ich verbinde Sie mit unserer Restaurantchefin. Susanne Boldt, guten Tag. Guten Tag, Frau Boldt. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ist die Stelle denn noch frei? Ja, sie ist noch frei. Sind Sie Hotelfachfrau? Nein, das bin ich nicht. Aber ich habe schon fünf Jahre in einem Hotelrestaurant gearbeitet. Wo denn, wenn ich fragen darf? Natürlich. Das war im Hotel Vierburgen in der Nähe von Heidelberg. Und Sie leben jetzt in der Schweiz? Nein, noch nicht. Aber ich würde gerne in der Schweiz leben und arbeiten. Das ist eine volle Stelle, oder? Ja, das ist eine Vollzeitstelle. Das Restaurant ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Samstag und Sonntag auch zum Mittagessen. Und sonst nur abends ab 18 Uhr. Und wie sind die Arbeitszeiten? In der Woche beginnen Sie um 16 Uhr und am Wochenende um 10 Uhr. Wir haben auch häufig Veranstaltungen, bei denen wir Mittagsbewirtungen machen. Überstunden können Sie durch Freizeit ausgleichen. Und wie ist das Gehalt? Wir zahlen zunächst nach Tarif. Die Trinkgelder gehen in eine gemeinsame Kasse und werden nach einem Schlüssel verteilt, den die Mitarbeiter selbst festlegen. Aber ich habe einen Vorschlag. Warum kommen Sie dieses Wochenende nicht zu uns nach Basel? Ich zeige Ihnen dann alles und wir können uns ein wenig kennenlernen. Übernachtungsmöglichkeiten für Sie haben wir im Haus. Gerne. Aber dieses Wochenende kann ich leider nicht. Könnte ich nächstes Wochenende kommen? Kein Problem. Sagen Sie mir noch Bescheid, wann genau Sie ankommen? Selbstverständlich. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Wochenende. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Bis zum nächsten Wochenende dann. Kapitel 27 Man isst, was man isst 3. Gesunde Ernährung Ernährungspyramide B. Interview mit einer Ernährungsberaterin In der heutigen Sendung Besser Leben ist Frau Carmen Frisch unser Gast. Frau Frisch ist Ernährungsberaterin und hat viele Tipps zur richtigen Ernährung. Was ist das Wichtigste, Frau Frisch? Meistens essen wir im Stress. Selten genießen wir das Essen und oft überlegen wir nicht, was wir essen. Das Frühstück ist dann eine Tasse Kaffee im Stehen, das Mittagessen ein schneller Snack in einer Arbeitspause und zum Abendessen läuft schon der Fernseher. Aber Essen ist doch genießen. Man muss sich Zeit nehmen. Viele Leute haben Probleme mit der Gesundheit, weil sie nicht auf ihre Ernährung achten. Sie denken nicht über ihre Gewohnheiten nach. Ihnen ist egal, was sie essen, wie oft am Tag sie essen, wie viel sie essen und was und wie viel sie trinken. Was sollte man denn bei der Ernährung beachten? Die wichtigste Regel für gesunde Ernährung heißt viel trinken. Wasser, Tee und Fruchtsäfte sind gut für den Körper. Wer viel trinkt, hat weniger Hunger und isst weniger. Ein erwachsener Mensch braucht zwischen zwei und drei Litern Flüssigkeit pro Tag. Bleiben wir bei den Getränken. Alkohol kann dem Körper schwer schaden. Alkohol in kleinen Mengen, etwa Rotwein, tut aber vielen Menschen auch gut. Essen ist genießen. Warum also nicht ein Glas Wein oder Bier zum Essen dazu? Die Menge macht den Unterschied. Ähnlich steht es mit Kaffee. Trinken Sie nie Kaffee gegen den Durst. Das ist viel zu viel. Aber genießen Sie ruhig einen kleinen Kaffee nach dem Essen, wenn Sie Lust dazu haben. Was ist noch wichtig bei Getränken? Wenig Limonade. Am besten keine. Limonaden enthalten viel Zucker oder andere Süßstoffe. Zucker gibt uns ein gutes Gefühl, aber nur kurz. Der Körper möchte immer mehr. Nach der Cola eine Schokolade, dann ein süßes Getränk, danach ein Eis oder ein Stück Kuchen und so weiter. Deshalb wenig Limonaden und wenig Süßigkeiten, Eis, Kuchen und Torten. Da sind wir ja schon beim Essen. Was sollte man da beachten? Wie schon gesagt, wir nehmen zu viel Zucker zu uns. Wir essen aber auch zu viel Fett. 70 bis 80 Gramm pro Kopf und Tag wären gut. Wir nehmen aber durchschnittlich das Doppelte zu uns. 150 Gramm oder mehr. Die Butter oder Margarine auf dem Frühstücksbrot, das Öl im Salat, das Fett im Fleisch und in der Wurst, im Käse, in den Eiern. Wir vergessen immer die sogenannten versteckten Fette. Da sollten wir sehr vorsichtig sein. Weniger ist besser. Was soll man denn essen, um richtig satt zu werden? Kohlenhydrate sind gut für den Körper. Fett dagegen ist schlecht für das Herz. Reis, Kartoffeln, Nudeln enthalten viele Kohlenhydrate. Diese sind besonders günstig. Fleisch und Geflügel enthalten Proteine. Sie bauen körperlich auf und aktivieren eher. Deshalb am Abend vermeiden. Ähnliches gilt für Milch und Milchprodukte. Einmal am Tag eine Mahlzeit, bei der man sich richtig satt isst, das wäre das Beste. Einmal am Tag richtig satt, das ist doch ziemlich wenig, oder? Nein, nein, sich einmal am Tag richtig satt essen, das ist gemeint. Gemüse und Obst können Sie essen, so oft Sie wollen und so viel Sie wollen. Und Fisch ist besser als Fleisch. Wenn Sie die Ernährungspyramide anschauen, dann sehen Sie, man kann gut essen und gleichzeitig gesund essen. Das geht wunderbar zusammen. Aber ist das nicht sehr teuer, wenn man jetzt wegen jeder Kleinigkeit jemanden zu sehen hat? Ich finde, es gibt kein typisch deutsches Frühstück. Überall gibt es ein anderes Frühstück. Bei den einen gibt es Müsli und Tee, bei den anderen Kaffee, Brötchen mit Butter und Marmelade, wieder bei anderen Brot mit Schinken und Wurst, hier mit Ei, dort ohne Ei. Und am Wochenende frühstücken wieder fast alle anders als in der Woche. Ich finde das eigentlich gut. Bei uns in Spanien essen wir nicht um zwölf Uhr zum Mittag, das ist viel zu früh. Wir essen so um halb drei oder drei am Nachmittag zum Mittag. Und deshalb gibt es auch das Abendessen viel später. In meiner Familie haben wir nie vor neun Uhr zu Abend gegessen, meistens später. Ich kann das nicht mehr hören, diese dummen Witze über englisches Essen und Trinken, über das warme Bier zum Beispiel. Wenn ich mit Freunden im Pub ein paar Bierchen trinke, dann sind die nicht kälter und nicht wärmer als im Gasthaus in Deutschland. Und gutes und schlechtes Essen gibt es in jedem Land. Kann ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Ein Aperitif vielleicht? Für mich ein kleines Bier bitte. Und für mich ein Campari Orange. Einen Campari Orange und ein kleines Bier. Gern. Übrigens, wir haben heute auch Lasagne, frisch aus dem Ofen. Die steht nicht auf der Karte. Zwei. Haben Sie schon gewählt? Für mich die Kartoffelsuppe und dann die Lasagne. Einen Salat dazu? Ja, ein kleiner Salat ist gut. Und für den Herrn? Ich möchte den Rinderbraten mit Kartoffeln. Auch eine Vorspeise? Einen Salat? Eine Suppe? Nein, danke. Also dann Kartoffelsuppe und Lasagne mit kleinem Salat. Und für den Herrn Rinderbraten mit Kartoffeln. Sonst noch ein Wunsch? Ja, ein Mineralwasser bitte. War es recht? Danke, es hat gut geschmeckt. Vielleicht noch eine Nachspeise oder einen Kaffee, Espresso oder Cappuccino? Nein, leider. Wir haben keine Zeit mehr. Die Rechnung bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen. Ein kleines Bier, ein Campari, ein Mineralwasser, Kartoffelsuppe, ein kleiner Salat, Lasagne, Rinderbraten mit Kartoffeln. Macht zusammen 33, 80. 35. Danke vielmals. Und 15 macht 50. Vielen Dank. Danke auch. Vier. Schönen Abend. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie einen Tisch für zwei Personen? Moment bitte. Ich muss nachschauen. Kommen Sie bitte mit. Im Nebenzimmer ist noch Platz. Das schmeckt aber interessant. Es schmeckt es dir nicht? Ist es zu scharf? Ja, es ist ziemlich scharf. Und wie ist deines? Echt super. Möchtest du probieren? Aber Vorsicht. Es ist wirklich scharf. Was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist Borischtsch. Und? Schmeckt's? Ja, sehr lecker. Was ist da drin? Rote Beete. Das siehst du. Und sonst noch ganz viel. Das ist ein Geheimnis. Mein Fisch schmeckt aber nicht besonders. Wie ist dein Steak? Es ist okay. Aber wenn ich an den Preis denke... Da hast du recht. Aber wenigstens der Wein ist gut. Das ist wahr. Zum Wohl. Prost. Raststätte 9 3 Vereinsausflug an den Rhein A Teil 1 Liebe Freundinnen und Freunde, Ich möchte euch heute ein paar Informationen zu unserer Rheinfahrt geben. Wie ihr alle wisst, fahren wir nächste Woche ins Rheintal zur Loreley. Der Bus wird uns um 7.15 Uhr hier abholen. Aber zunächst ein paar allgemeine Informationen über den Rhein. Der Rhein fließt auf seinem mehr als 1000 Kilometer langen Weg, von den Alpen bis zur Nordsee, durch viele Regionen. Der Rhein verbindet Nationen und ertrennt sie, wenn er Staatsgrenze ist. Die Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien und die Niederlande liegen am Rhein. Und seit zwei Jahrtausenden ist der Rhein einer der wichtigsten Verkehrswege für den kulturellen Austausch zwischen der Mittelmeerregion und dem Norden Europas. Ist ja gut, Heinz. Wo fahren wir denn nun hin? Also, wie gesagt, der Bus holt uns am Freitag um 7.15 Uhr ab. Gegen Mittag sind wir in Rödesheim. Gibt's vorher keine Pause? Äh, nein. Also, wir können natürlich anhalten. Bitte unterbrecht mich nicht dauernd. Also, wir fahren zuerst nach Rödesheim. Nach einem gemeinsamen Mittagessen besichtigen wir die Stadt und machen dann einen Ausflug zum Niederwalddenkmal. Wir übernachten im Hotel Post. Der Abend ist zur freien Verfügung. Am Samstag fahren wir nach dem Frühstück mit der Fähre über den Rhein nach Bingen. Dort besichtigen wir im Museum eine Ausstellung über die wichtigste Frau des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Linksrheinisch, also an der linken Rheinseite entlang, fahren wir nach dem Mittagessen weiter nach St. Goa. Hier besichtigen wir die Burg Rheinfels. Mit der Fähre geht's dann wieder auf die rechte Rheinseite nach St. Goashausen am Loreley-Felsen. Hier übernachten wir auch. Der Abend ist wieder zur freien Verfügung. Am Sonntag fahren wir dann zur Rheinschleife nach Braubach, der letzten Station unserer Reise. Hier können wir dann wählen zwischen einer Burgbesichtigung, ja, die Marxburg. Nee, nee, nicht schon wieder eine Burg. Und einer Stadtbesichtigung mit Weinprobe. Weinprobe ist prima. Darf ich mal kurz um Abstimmung bitten? Wer ist für die Weinprobe? Bitte die Hand heben. Alle? Gut, also Stadtbesichtigung und Weinprobe. So, hat noch jemand Fragen? Wann sind wir wieder zurück? Wenn wir am Nachmittag losfahren, sind wir so gegen acht wieder zurück. 4. Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. A. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt ihr rein. Der Gipfel des Berges dunkelt im Abend Sonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet. Sie kennt ihr goldenes Rang. Sie kennt es mit goldenem Klammer und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Berodei. Den Schiffern im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Hier schaut sich die Felsenriffe. Hier schaut nur hinauf in die. Ich glaube, die Wellen verschwingen am Ende Schiffer und Kahn. Und da sagt mir Tieren singen, die Lore leigent an. Kapitel 28 Geschichte 2 Geschichte hören Text 1 Als mein Opa 1958 nach Deutschland kam, war er 20. Es gab hier noch nicht viele Ausländer. Das war hart für ihn. Allein im fremden, kalten Land. Die Deutschen waren froh, dass billige Arbeitskräfte aus Italien kamen. Aber sie wollten eigentlich mit den Fremden nichts zu tun haben. Sie nannten die Italiener damals Spaghetti, denn Pizza und Spaghetti kannten die meisten noch nicht. Mein Opa war ganz sicher, dass er hier nur ein paar Jahre arbeiten und dann mit dem gesparten Geld wieder nach Italien zurückgehen würde. Zuerst hat er in einer Fabrik gearbeitet. Aber nach ein paar Jahren hat er eine Pizzeria aufgemacht und die Deutschen haben gerne bei ihm Pizza und Spaghetti gegessen. Heute gibt es ja in Deutschland mehr Italiener als deutsche Restaurants. 1962 hat er eine Italienerin geheiratet und dann hat er drei Kinder bekommen. Schnell waren 20 Jahre vorbei und Deutschland war auch seine Heimat. Heute ist er über 70 und hat eine große Familie in Deutschland und viele deutsche Freunde. Die Pizzeria hat mein Vater und die ganze Familie hilft. Ich studiere ab nächstem Semester in Italien Gastronomie. Mein Freund ist Italiener. Text 2 Mein Name ist Klaus Steffens. 1989 war ich 27 Jahre alt. Am 9. November saßen meine Freundin und ich in der Küche und hörten Radio beim Abendessen. Wie immer. Man berichtete vom Parteitag der SED. Ich wollte das Radio ausmachen, als ich irgendwas von Reisen ins Ausland sofort ohne Voraussetzungen hörte. Ich fragte Elke, hast du gehört, was der gesagt hat? Sie sagte, ich habe gehört, dass man ins Ausland reisen kann, aber das kann ja nicht sein. Wir konnten es nicht glauben und riefen Freunde an. Die hatten es auch so verstanden. Und dann kam es auch in den Fernsehnachrichten und im Westfernsehen. Wir wohnten ja nicht weit von der Mauer und dann sind wir halt hin. Das war so kurz vor 9 Uhr. Das Wunder war geschehen. Die Mauer war auf und wir konnten mit tausenden anderen Menschen in den Westen. Es war unglaublich. Die Westberliner haben uns mit Sekt und Umarmungen begrüßt. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. Als wir am Morgen todmüde nach Hause kamen, konnten wir es immer noch nicht glauben. 10. Drei Meinungen zu Europa Badrak Singh aus Indien Ich heiße Badrak Singh und ich komme aus Neu-Delhi in Indien. Für mich ist Europa wie für viele Inder immer vieles zugleich. Es ist der Traum vom besseren Leben, das reiche Europa, aber auch die Erinnerung an den Kolonialismus. Heute haben wir viel Hoffnung. Ich habe in Neu-Delhi Deutsch gelernt. Englisch ist bei uns eine Amtssprache. Wir hoffen, dass Europa stark wird, aber wir wollen Partner sein. Manchmal habe ich Sorgen, wenn ich höre, dass die Europäische Union sich vielleicht gegen andere Länder wie unseres verschließen könnte und wir dann Probleme haben, unsere Produkte dort zu verkaufen oder dort hinzureisen. Aber insgesamt habe ich mehr Hoffnung als Angst, wenn ich an Europa denke. Jirži Dmitrak aus Tschechien Mein Name ist Jirži. Ich komme aus Tschechien, das heißt aus Europa. Über Europa gibt es viele verschiedene Meinungen und ich habe auch verschiedene Meinungen von Europa. In Europa soll man nicht die Geschichte vergessen, die sehr interessant ist. Und dann, nicht nur die Europäische Gemeinschaft ist besonders wichtig, aber auch andere Sachen. Die Europäische Gemeinschaft finde ich zurzeit sehr wichtig, aber sie hat auch Vorteile und viele Nachteile. Zum Beispiel Vorteile, würde ich sagen, die gemeinsame Währung. Dass man ohne Pass reisen kann. Dann würde ich auch sagen, dass es für Studenten auch viele Möglichkeiten gibt, zurzeit in Europa zu studieren. Man kann die Länder fast jedes Jahr wechseln. Aber dann soll man auch nicht die Nachteile der European Community, europäischen Gemeinschaft, vergessen. Ich bin der Meinung, dass die europäische Gemeinschaft wirklich sehr bürokratisch ist. Viele Länder verlieren auch ihre Kraft, ihre Autorität, weil von der europäischen Gemeinschaft wurden viele neue Gesetze gemacht, die die anderen Länder akzeptieren müssen. Dann, ich bin der Meinung, dass Europa zurzeit einer der stärksten Kontinente in der Welt ist. Nicht nur wegen der Ökonomie, sondern auch wegen der Möglichkeiten, die es in Europa gibt. Mesun Shin aus Südkorea Hallo, mein Name ist Mesun. Ich komme aus Korea. Als ich in Korea war, habe ich durch einige Filme und einige Bücher die europäische Mentalität und Kultur kennengelernt. Damals dachte ich, Europa ist ganz anders als Amerika. Besonders interessierte ich mich dafür, wie es bei jungen Leuten in Europa zugeht. Ich erwartete in Korea, dass die jungen Leute in Europa eine typisch europäische Kultur haben. Jetzt bin ich in Europa, aber durch die Jugendlichen habe ich ein neues Bild von Amerika. Sie sind immer, immer mehr amerikanisiert. Das finde ich sehr schade. Ich will Psychologie studieren. Deswegen interessiert mich diese Jugendkultur und die Mentalität der Jugendlichen. Und ich denke, dass das ein bisschen problematisch ist. Ich finde, mehr junge Leute in Europa sollten eine eigene Meinung, eigene Ideen und eine eigene Kultur haben. Kapitel 29 Männer und Frauen 2. Wie Anna und Michael sich kennenlernten Wir sind jetzt seit zwei Jahren ein Paar. Ich kenne Michael aber schon länger, weil er immer wieder mal in meiner Firma war. Ja, das ist einfach zu erklären. Ich bin Telefontechniker und ich betreue auch die Firma, in der Anna arbeitet. Zum ersten Mal habe ich sie gesehen, als ich die neue Telefonanlage im Büro von Anna installiert habe. Und da haben wir dann zum ersten Mal miteinander geredet. Ja, das Übliche halt, was man so redet. Aber als Michael mit seiner Arbeit fertig war, da ist er nicht gleich gegangen. Er hat dann noch so herumgedruckst. Er wollte einfach nicht gehen. Aber ich hatte einen Termin und musste weg. Aber das Gute war ja, da ich für Annas Firma gearbeitet habe, konnte ich immer nachfragen, ob alles okay ist, ob alles funktioniert. Ich habe öfter angerufen, bis es endlich ein Problem gegeben hat und ich wieder hin konnte. Eigentlich gab es ja gar kein Problem mit der Telefonanlage. Aber als Michael immer wieder anrief, da wusste ich, was er wollte. Ich habe ihn dann einfach zum Mittagessen eingeladen. So war das, genau. Ja, und dann habe ich Anna von meiner Ex-Freundin erzählt und dass wir ein gemeinsames Kind haben. Und ich habe ihr auch erzählt, dass ich jetzt allein wohne. Naja, das konnten Männer immer schon sehr gut. Erzählen, erzählen. Vor allem aus ihrem Leben. Aber als ich dann über mich sprach und aus meinem Leben erzählte, da merkte ich, Michael kann auch zuhören. Sehr gut zuhören. 3. Liebenswürdigkeiten und Macken B. 1 Also, Anna hat viele positive Eigenschaften, aber auch einige negative. Hm, was soll ich da so spontan sagen? Also, was mich wirklich immer ärgert ist, dass sie nie die Schranktüren zumacht. Nicht nur in der Küche, sondern auch in allen anderen Räumen vergisst sie einfach, Türen und Schubladen zuzumachen. In der Küche stört mich das am meisten. Anna stört das überhaupt nicht. Wenn ich ihr das sage, lacht sie nur. 2. Was ich an Michael toll finde, ist, dass er so viel Humor hat. Man kann immer Spaß mit ihm haben. Wirklich immer. Wenn ich mal so richtig niedergeschlagen bin, baut er mich auf. Sowohl durch seine Fähigkeit zuzuhören, als auch durch einen lockeren Spruch. Mit ihm kann ich wirklich durch dick und dünn gehen. Er ist hundertprozentig zuverlässig. 3 Ach, und da fällt mir noch ein, dass ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich mit Anna Auto fahre. Sie fährt wie verrückt und meistens viel zu schnell. Dann sieht sie weder Geschwindigkeitsbegrenzungen noch andere Verkehrszeichen. Wenn Anna noch mehr Strafzettel bekommt, dann ist bald ihr Führerschein weg. Sie sagt nur, dass das Quatsch ist. Zum Glück ist doch nichts passiert. 4 Michael ist leider ganz schrecklich unpünktlich, während ich sehr pünktlich bin. Man muss immer eine halbe Stunde mehr einkalkulieren, wenn man sich mit ihm verabredet. Das liegt meistens daran, dass er die Zeit nicht richtig einteilen kann. Entweder fällt ihm kurz davor etwas ganz Wichtiges ein, was er noch machen muss. Oder er vergisst die Termine einfach und sie fallen ihm erst in letzter Sekunde ein. Das finde ich sehr nervig. 4 Weder noch B Geburtstag Schatz, meine Mutter wird am Sonntag 70. Schatz, hast du gehört? Meine Mutter hat am Sonntag ihren 70. Geburtstag. Was sollen wir ihr schenken? Keine Ahnung. Ist doch deine Mutter. Blumen passen immer. Habe ich auch gedacht. Blumen passen immer. Und welche Sorte? Am besten Rosen. Kennst du ihre Lieblingsfarben? Sie mag sowohl rot als auch gelb. Na gut, dann kaufe ich einen schönen Strauß. Und welche Farbe? Entweder kaufe ich einen Strauß mit roten oder einen mit gelben Rosen. Was meinst du? Oder ich nehme einen gemischten. Einen gemischten was? Naja, einen gemischten Strauß. Ich nehme nicht nur rote, sondern auch gelbe Rosen. Ich würde die Farben nicht mischen. Und ich würde weder rote noch gelbe Rosen kaufen. Kauf einfach weiße Rosen. Weiße? Warum weiße? Na, du willst ja deine Mutter nicht heiraten. Obwohl. Hä? 10. Die wichtigste Erfahrung meines Lebens Hallo, Herr Lehner. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Und das ist Bruno? Ja, das ist Bruno. Hallo Bruno, geht's dir gut? Ja, Helena, wie lange waren Sie jetzt in Elternzeit? Fast vier Monate. Bruno wird in zwei Wochen 14 Monate alt. Karin, meine Frau, hat Bruno bis zum achten Monat betreut. Die Regelung des Elterngeldes sieht vor, dass sich beide Elternteile die Betreuung teilen können. War Ihre Entscheidung einfach? Nein. Für Karin war das natürlich klar, dass sie in der ersten Zeit nach Brunos Geburt zu Hause bleibt. Und ich wollte mich schon auch beteiligen. Aber wie? Das war mir am Anfang nicht so klar. Was machen Sie beruflich? Das war ja das Problem. Ich arbeite freiberuflich in der Medienbranche. Und ich dachte, wenn ich mich jetzt für ein paar Monate rausziehe, dann verliere ich alle Kontakte und Aufträge. Wir haben dann wirklich sehr lange diskutiert, bevor wir den Antrag gestellt haben. Und jetzt? Also, ich würde sagen, die letzten Monate waren die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Es geht ja um viel mehr, als nur für Bruno da zu sein. Windeln wechseln, Fläschchen machen, mit Bruno spazieren gehen, mit ihm spielen und so weiter. Das ist die eine Seite. Sollte jeder Vater eine Babypause machen? Auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Und man sollte sich gut vorbereiten, bis man die Betreuung übernimmt. Ich meine nicht, dass man lernt, wie man einen Brei kocht. Ich meine, dass ich bis zum ersten Tag der Betreuung von Bruno gedacht habe, ich kann ja nebenbei weiterarbeiten. Und das geht nicht? Das weiß ich nicht, ob es geht. Nur, ich wollte das nicht. Ich habe allen meinen Geschäftspartnern gesagt, dass ich jetzt eine Babypause mache, bis ich in vier Monaten wieder aktiv einsteige. Wie haben die darauf reagiert? Unterschiedlich. Ein Teil der Partner fand das richtig gut. Die haben mich sogar sehr unterstützt. Aber andere stecken noch ziemlich in alten Rollenklischees. Wie zum Beispiel? Naja, da kamen so Sprüche wie Babypause? Das ist doch was für Frauen. Oder Willst du jetzt wirklich Windeln wechseln? Du versaust dir deine ganze Karriere. Also, bevor jemand in Babypause geht, sollte er überlegen, wie er mit solchen Reaktionen umgeht. Oh, 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 oh. Rettungsleitstelle Köln. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Mein Name ist Kölmel. Schicken Sie bitte so schnell wie möglich einen Krankenwagen in den Gartenweg. Wie ist Ihr Name? Bitte wiederholen Sie noch einmal. Kölmel. K-Ö-L-M-E-L. Gut, Herr Kölmel. Wo ist der Unfall genau passiert? Hier in Köln-Ensen, im Gartenweg 27, dritte Etage. Das ist die Wohnung der Familie Neuner. Wann ist der Unfall passiert? Vor ungefähr 20 Minuten. Was genau ist passiert? Einer unserer Mitarbeiter, Herr Schiller, ist beim Möbeltragen gestürzt. Ein Schrank ist auf ihn gefallen. Gibt es noch mehr Verletzte? Nein, zum Glück nicht. Welche Verletzungen hat Ihr Mitarbeiter? Ist er ansprechbar? Ja, er ist ansprechbar, aber er kann nicht laufen und hat vielleicht den Arm gebrochen. Und er hat eine Verletzung am Kopf. Gut, Herr Kölmel. Ein Rettungswagen ist unterwegs. Noch eine Frage. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Nummer ist 01728976... 3. Das Aufnahmegespräch Haben Sie Schmerzen? Wo? Ja, mein Kopf tut sehr weh und ich habe starke Schmerzen im Arm. Können Sie den Arm bewegen? Nicht so gut. Er tut schrecklich weh. Ist Ihnen schlecht? Ja, ein bisschen. Wir müssen Sie erst einmal röntgen. Wann wurden Sie das letzte Mal gerönt? Das ist schon lange her. Vielleicht zwölf Jahre? Hatten Sie schon einmal eine Operation? Nur eine Zahnoperation. Müssen Sie mich operieren? Vielleicht. Nehmen Sie Medikamente ein? Ich nehme nur ab und zu eine Kopfschmerztablette. Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Das kann ich noch nicht genau sagen. Hoffentlich kann ich bald wieder nach Hause. 4. Ich bin im Krankenhaus A Schiller? Doris, ich bin's. Du, ich bin im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Oh Gott, ist was passiert? Ich hatte einen Unfall bei der Arbeit. Ein Schrank ist auf mich gefallen. Oh je. Ist es schlimm? Hast du Schmerzen? Mach dir keine Sorgen. Ich habe wohl den Arm gebrochen und irgendwas ist mit dem Kopf, aber es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Ich komme sofort. Kannst du mir meine Versichertenkarte mitbringen? Klar. Brauchst du auch den Impfpass und deinen Personalausweis? Nein, nur die Karte und... Soll ich dir von Dr. Pröll eine Einweisung ins Krankenhaus holen? Habe ich auch schon gefragt. Der Arzt hier hat aber gesagt, dass der Befund des Arztes und die Einweisungen normalerweise wichtig sind. Aber nicht bei einem Unfall. Was soll ich noch mitbringen? Du brauchst eine Kulturtasche, frische Wäsche, Schlafanzüge... Und vergiss nicht meinen Bademantel. Dein Handy hast du dabei? Ja, aber Handys sind hier verboten. Aber neben dem Bett gibt es ein Telefon. Und meine Motorradzeitschrift. Wenn du kommst, kannst du mir unten von der Aufnahme eine Karte für den Fernseher mitbringen. Die muss man bezahlen, sonst kann man nicht fernsehen. Und bring mir noch ein bisschen Bargeld mit. Wann kann ich dich besuchen? Und Sylvie will dich bestimmt auch sehen. Jederzeit. Angehörige dürfen zu Besuch kommen, wann immer sie wollen. Aber ich bin jetzt nicht in meinem Zimmer. Sie müssen noch einige Untersuchungen machen, bevor sie mich operieren. Was? Operieren? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich bin gleich bei dir. Ich schreibe nur noch eine Notiz für Sylvie. Ich heiße Nico Alto, bin 35 Jahre alt und Altenpfleger. Ich bin eigentlich gelernter Zahntechniker, aber irgendwann fand ich diese Arbeit zu langweilig. Ich wollte eine Arbeit, bei der ich direkt mit Menschen zu tun habe. Die ambulante Altenpflege ist gerade richtig für mich. Ich will die alten Menschen nicht nur pflegen, sondern auch ein bisschen aufheitern und von ihren Sorgen ablenken. Das macht mir Freude. Man bekommt ja eine enge Beziehung zu den alten Leuten. Aber das ist auch nicht einfach. Mir fällt es immer sehr schwer, Abschied von einem Menschen zu nehmen, um den ich mich lange gekümmert habe. Außerdem habe ich oft Rückenschmerzen. Glücklicherweise gibt es heutzutage Pflegebetten. Und viele Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern. Na jedenfalls habe ich einen Beruf, mit dem ich auch in Zukunft etwas anfangen kann. Die Altenpflege ist ein Bereich, in dem man immer mehr gut ausgebildete Fachkräfte braucht. Aber es gibt wenige Menschen, für die dieser Beruf interessant ist. Kein Wunder, man muss sehr viel seelischen und körperlichen Stress aushalten können. Denn wir haben Schichten von bis zu 14 Stunden und müssen ständig einsatzbereit sein. Aber was am schlimmsten ist, die Altenpflege gehört zu den am schlechtesten bezahlten Berufen in Deutschland. Raststätte 10 2. Vom Todesstreifen zum Naturschutzgebiet, das grüne Band c. Unterwegs auf dem grünen Band Herr Berger, Sie sind aktives Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Bund. Seit mehr als 20 Jahren engagieren Sie sich vor allem bei dem Naturschutzprojekt Grünes Band. Ja, ich war von Anfang an dabei. Als 1989 die Mauer fiel, haben wir das erste Treffen von Naturschützern und Naturschützerinnen aus Ost und West organisiert. Wir hatten gerade mal 30 Leute erwartet, aber es kamen mehr als 400. Und wir haben bereits damals die erste Resolution zum Schutz des grünen Bandes verabschiedet. Wie kamen Sie auf den Namen Grünes Band? Uns Naturschützern war klar, dass sich im Bereich der damaligen deutsch-deutschen Grenze eine Naturoase entwickelt hat. Ganz einfach, weil dort jahrzehntelang kein Mensch hinkam. Für Menschen war es lebensgefährlich, diese Grenze zu überschreiten. Aber seltene Tiere und Pflanzen haben dort ihre Heimat gefunden. Es gab ja keine Straßen oder größeren Orte und natürlich keine Industrie. Und diesen Bereich haben wir dann grünes Band getauft. Also das grüne Band ist das Gebiet der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Genau. Das Kerngebiet des grünen Bandes ist der sogenannte Kolonnenweg oder Todesstreifen. Also der Bereich, auf dem früher die DDR-Grenzsoldaten patrouillierten. Dieser Bereich ist zwischen 50 und 200 Meter breit. An diesem Grenzstreifen und in seiner Umgebung hat sich sozusagen ein Stück Wildnis entwickelt, das einmalig ist. Dann haben Sie Ihr Ziel ja erreicht. Naja, wir haben mit dem grünen Band heute das größte Naturschutzgebiet in Mitteleuropa. Das ist sicher ein Erfolg. Aber es gibt auch Gefahren. Welche? Also da ist vor allem die Intensivlandwirtschaft mit viel zu vielen Pestiziden. Das ist sicherlich die größte Gefahr. Und dann versuchen Politiker, Teile des Naturschutzgebietes wieder in Gewerbegebiete zu verändern. Wieso geht das? Immerhin gehören fast zwei Drittel der Flächen am grünen Band der Bundesrepublik Deutschland. Und durch den Verkauf von Grundstücken kommt Geld in die leere Kasse. Tja, und wo ein Gewerbegebiet entsteht, braucht man Straßen. Und die zerschneiden dann das grüne Band und stören die Ruhe der Natur. Es gibt seit einiger Zeit immer mehr Tourismus am grünen Band. Stört der nicht auch die Ruhe der Natur? Nein, wir entwickeln seit Jahren ein Naturtourismuskonzept, also sanften ökologischen Tourismus. Die Besucher sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Es gibt da ja auch den deutsch-deutschen Radweg. Genau. Der deutsch-deutsche Radweg verläuft entlang des grünen Bands von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze. Wir finden, dass man das grüne Band am besten schützen kann, wenn man es kennt. Und beim Radfahren kann man ein Gebiet sehr gut kennenlernen. Entlang des Radwegs gibt es viele Dokumente der deutsch-deutschen Geschichte, Städten der Erinnerung und Museen. Noch eine Frage zum Schluss. Seit 2004 unterstützt der Deutsche Bundestag das grüne Band Europa. Was können Sie uns dazu sagen? Es gab ja nicht nur eine Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten. Jahrzehntelang war Europa durch den sogenannten eisernen Vorhang getrennt. Er verlief von der norwegisch-russischen Grenze im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden und an die Grenze zur Türkei. Nach dem Modell des grünen Bandes in Deutschland gibt es nun die Idee Grünes Band Europa. Ein Naturschutzgebiet, an dem über 20 Staaten beteiligt sind und das über 8500 Kilometer lang ist. Es soll die Menschen über die Grenzen verbinden und so ein Symbol für das vereinte Europa werden. Berliner Platz neu Deutsch im Alltag CD zum Lehrbuch 3 Kapitel 31 Bewegung 1. Ich brauche mehr Bewegung B. Was tut Frau Burgmann? Frau Burgmann, sind Sie sportlich? Sportlich? Tja, ich weiß nicht, ob ich sportlich bin, aber ich brauche viel Bewegung. Warum ist Bewegung denn so wichtig für Sie? Das ist ganz einfach. Bei der Arbeit sitze ich den ganzen Tag nur und muss mich dauernd konzentrieren. Deshalb brauche ich Abwechslung nach der Arbeit. Ich fühle mich einfach wohl, wenn ich etwas mache. Und was machen Sie dann nach der Arbeit? Ach, eigentlich mache ich immer was anderes. Ich gehe joggen oder fahre eine Runde mit dem Rad. Da bin ich an der frischen Luft. Wenn ich nur wenig Zeit habe, dann gehe ich einfach eine halbe Stunde raus. Ich gehe gerne mit Freundinnen oder meinem Mann spazieren. Wie lange machen Sie das schon? Schon seit einigen Jahren. Ich mache das gern. Das passt zu mir. Werden Sie nicht müde, wenn Sie so aktiv sind? Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Wenn ich keine Bewegung habe, fühle ich mich müde. Und wie sieht es am Wochenende aus? Im Winter gehe ich gern Eislaufen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und im Sommer… Nicht weit von uns ist ein kleiner See, wo man mit dem Fahrrad… 2. Sportarten… B. Sportgeräusche… B. Sportarten… B. Sportarten… Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also Skis und so hat auch gefehlt Ich hatte zwar Talent, aber andere hatten mehr Trotzdem hatte ich in meiner aktiven Zeit wichtige Erfahrungen gemacht Ich habe gelernt, was ich bei Erfolg und bei Misserfolg machen muss Ich habe Freunde gefunden, die ich immer noch habe Obwohl ich jetzt schon 30 Jahre in Kanada lebe Aber der Reihe nach Was war nach der Schulzeit? Ich habe Sport studiert in Innsbruck Und ich habe die Ausbildung als Skilehrer und Skitrainer gemacht Als Skilehrer bzw. Manager in einer Skischule in der Nähe von Götzens habe ich genug verdient, um mein Studium zu finanzieren Und wie ist aus dem Skilehrer der erfolgreiche Trainer Helmut Spiegel geworden? Als Trainer habe ich klein angefangen In einer privaten Rennschule in Kanada, in Rossland Später war ich dann Co-Trainer im österreichischen Skiteam Und bekam auch andere Angebote Ich habe lange das kanadische Team trainiert Und dann habe ich zu den Australiern gewechselt Jetzt bin ich wieder bei den Kanadiern aktiv Was waren Ihre größten Erfolge als Trainer? Ja, der schönste Moment war 1999 bei der Ski-Weltmeisterschaft in den USA Ich hatte zwei Jahre zuvor das australische Team als Chefcoach übernommen Und eine unserer Läuferinnen, Sally Stegall, wurde Weltmeisterin im Slalom Nachdem sie im Jahr zuvor schon eine olympische Medaille gewonnen hatte Und natürlich habe ich mich über die Goldmedaille von Alisa Camplin Bei den olympischen Spielen riesig gefreut Damals habe ich auch für längere Zeit aufgehört zu trainieren Meine Töchter waren auf die Welt gekommen Und ich wollte mehr zu Hause sein Und ich war auch froh, endlich mal aus den Skischonen rauszukommen Noch eine letzte Frage, Herr Spiegel Was machen Sie jetzt? Ich arbeite immer noch für das kanadische Skiteam Ich mache Trainingspläne und arbeite mit Sportlern, die nach Verletzungen wieder mit dem Training beginnen Ich muss nicht mehr durch die ganze Welt reisen Ich kann viel zu Hause sein Vielen Dank für das Gespräch Kapitel 32 Einkaufen 3 Das Lied vom X B 7 Tipps zum Telefonieren Cyberpark.de Mein Name ist Christina Reis Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Problem Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie etwas bestellen oder haben Sie eine Reklamation? Er funktioniert nicht Wer funktioniert nicht? Ja, der Computer Ich habe doch den Computer gekauft und jetzt geht er nicht Das finde ich Also, Sie haben bei uns einen Computer gekauft und dieser Computer funktioniert nicht? Und was mache ich jetzt? Darf ich zuerst mal Ihren Namen haben? Oti Wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren? Xaver Oti X-A-V-E-R-O-T-I Xaver ist der Vorname und Oti der Nachname? Ja, was sonst? Aber ich wollte da Herr Oti, ich muss die Daten genau notieren und dann kann ich Ihnen sagen, was Sie tun müssen Können Sie mir Ihre Kundennummer sagen? Welche Kundennummer? Sie finden Ihre Kundennummer auf der Rechnung oben rechts Welche Rechnung? Sie haben mit dem Gerät eine Rechnung bekommen Sie ist immer auf der Verpackung mit der Adresse aufgeklebt Ah, die muss da noch drin sein Haben Sie die Verpackung noch? Äh, das weiß ich nicht, wissen Sie, mein Sohn hat Herr Oti, ich schlage Ihnen vor, dass Sie zuerst die Rechnung suchen und wenn Sie sie gefunden haben, dann rufen Sie mich wieder an Ja, aber ich wollte doch nur wissen Herr Oti, es tut mir leid, aber ohne die Informationen auf der Rechnung kann ich Ihnen nicht weiterhelfen Gut, ich rufe dann gleich nochmal an Vielen Dank, Herr Oti, auf Wiederhören So ein Mist, wo ist denn bloß diese verdammte Rechnung? Oskar, du hast doch den Computer ausgepackt Acht Freundlichkeit und Unfreundlichkeit A Eins Guten Tag, ich hätte gern Herrn Sieber gesprochen Zwei Herr Sieber ist heute leider nicht da Kann ich Ihnen helfen? Drei Müller Vier Herr Müller, ich brauche eine Information von Ihnen Fünf Mein Name ist Carla Stoppock, ich rufe wegen einer Reklamation an Sechs Können Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Herr Pasch ruft Sie dann zurück Sieben Die Festplatte meines Computers funktioniert nicht mehr Acht Ich gebe Ihnen die Durchwahl von unserer technischen Abteilung B Freundlichkeit Guten Tag, ich hätte gern Herrn Sieber gesprochen Herr Sieber ist heute leider nicht da Kann ich Ihnen helfen? Ich rufe wegen einer Reklamation an Die Festplatte meines Computers funktioniert nicht mehr 11 Ein Gedicht von Erich Kästner A Die Zeit fährt Auto Die Städte wachsen und die Kurse steigen Wenn jemand Geld hat, hat er auch Kredit Die Konten reden, die Bilanzen schweigen Die Menschen sperren aus, die Menschen streiken Der Globus dreht sich und wir drehen uns mit Die Zeit fährt Auto Doch kein Mensch kann lenken Das Leben fliegt wie ein Gehöft vorbei Minister sprechen oft vom Steuersenken Wer weiß, ob sie im Ernste daran denken Der Globus dreht sich und geht nicht entzwei Die Käufer kaufen und die Händler werben Das Geld kursiert, als sei das seine Pflicht Fabriken wachsen und Fabriken sterben Was gestern war, geht heute schon in Scherben Der Globus dreht sich, doch man sieht es nicht Kapitel 33 Umwelt und Energie 1. Energiesparen, das Klimaschonen D. Wie sparen Tim und Anna Energie? 1. Meine Familie und ich waren letzten Sommer im Schwarzwald Wir sind dieses Jahr nicht mit dem Auto hingefahren, sondern mit der Bahn Das ist klimafreundlich und weniger anstrengend Das Ticket haben wir schon im Frühjahr gekauft Das war viel billiger, weil wir den Frühbucherrabatt bekommen haben Unser Gepäck haben wir drei Tage vorher aufgegeben Es wurde direkt zu unserer Ferienwohnung gebracht Tja, da fing unser Urlaub eigentlich schon an Die Zugfahrt war super Wir hatten nur unsere Rucksäcke dabei Mit Spielen für die Kinder, Büchern und Verpflegung Alle konnten die Fahrt genießen Ich finde, so muss ein Familienurlaub sein Entspannt und umweltfreundlich 2. Mein Name ist Anna Ich komme aus Mexiko Und mein Freund ist Deutscher Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung Und sparen überall in der Wohnung mit Energiespar-Lampenstrom Am Anfang fand ich das komisch und dachte Typisch deutsch Jedes Mal, wenn ich das Licht angemacht habe, musste ich darüber lachen Aber vor kurzem zeigte mir mein Freund die Stromrechnung Wir haben fast 30% weniger verbraucht als im Jahr davor Das ist viel Energie und vor allem viel Geld Bald wird es in vielen Ländern nur noch Energiespar-Lampen geben Das finde ich richtig Wir achten aber auch noch auf andere Stromfresser Zum Beispiel Stand-by-Betrieb am Computer und Fernseher Oder auch bei Haushaltsgeräten Unseren Wäschetrockner haben wir verkauft Unsere neue Waschmaschine hat das EU-Etikett-Klasse A Ich bin schon gespannt auf die nächste Jahresabrechnung 4. Was tun mit dem Hausmüll? A Ich lebe jetzt seit zwei Jahren in München Als ich nach Deutschland kam, war ich über die vielen Mülltonnen sehr erstaunt Und dachte, die Deutschen sind verrückt Ein Container für Papier, einer für Plastik Glas wird sogar nach Farben getrennt Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt Und finde das jetzt auch gut Bei unseren Nachbarn wurden die Mülltonnen auch mal kontrolliert Die haben dann eine Mahnung bekommen Das kann sogar richtig teuer werden 7. Herr Gönermeiers Schrebergarten Herr Gönermeier, Sie bewirtschaften seit vier Jahren einen Schrebergarten Was waren damals die Gründe dafür, einen Garten zu mieten? Ja, wir haben eine Wohnung in der Stadt Und haben dort um das Haus herum überhaupt kein Grün Und irgendwann im Laufe der Jahre ist bei uns der Wunsch entstanden Einen Garten zu haben, um etwas mehr im Grünen leben zu können Wir hatten auch das Gefühl, die Jahreszeiten nicht mehr richtig zu erleben Ja, irgendwann war der Winter und keine Blätter mehr an den Bäumen Und wir haben das nicht mitbekommen Außerdem kochen wir ja gerne Und das Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten schmeckt einfach am besten Ja, und der Schrebergarten ist eine gute Alternative zu einem Haus Zu einem eigenen Haus mit Garten Und die Pacht ist nicht besonders hoch Ungefähr 300 Euro im Jahr Und das ist ziemlich günstig Wo liegt Ihr Schrebergarten? Er liegt nicht in der Stadt Sondern am Stadtrand Ungefähr acht Kilometer von unserer Wohnung entfernt Das heißt, wir müssen dort mit dem Fahrrad Oder dem Auto hinfahren Wir könnten auch mit dem Bus fahren Aber die Verbindung ist nicht so gut Wie sieht Ihr Garten aus? Und was machen Sie dort in Ihrer Freizeit? Ja, unser Garten ist ungefähr 300 Quadratmeter groß Er hat ein kleines Häuschen aus Stein mit einer Toilette Und einem Geräteschuppen Im Häuschen ist eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank Ein kleiner Herd und fließend Wasser Im Garten bauen wir auch Gemüse an Wir haben ein paar Apfelbäume Und sogar auch einen Teich Wir haben den Garten in den letzten Jahren oft als Wochenendurlaub benutzt Das heißt, wir sind freitags dort hingefahren und sind dann bis Sonntagabend geblieben Wir nutzen diese Zeit vor allem zur Erholung Das heißt, wir müssen in der Sonne liegen, die Natur genießen und vor allem vom Alltag abschalten Und dazu gehört auch die Gartenarbeit vom Frühjahr bis zum Herbst Und im Sommer kommen oft Freunde vorbei Und wir feiern Geburtstage und grillen zusammen Welche Pflichten haben Sie als Kleingärtner? Ja, die Pflichten bestehen aus regelmäßigen Gemeinschaftsarbeiten Wir müssen die Wege pflegen und die Hecke schneiden Die um die ganze Anlage wächst Es gibt auch einen Spielplatz und da muss der Rasen gemäht werden Und manchmal bauen wir auch etwas Zum Beispiel haben wir in den letzten Monaten eine neue Treppe gebaut Also jeder Kleingärtner muss pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Stunden arbeiten Seit vier Jahren sind Sie jetzt Kleingärtner Hat sich Ihr Traum vom eigenen Garten erfüllt? Auf jeden Fall Es ist immer wieder toll in den eigenen Garten zu fahren Und vor allem in der Natur zu sein Wir genießen diese Wochenendurlaube, diese Kurzurlaube sehr Aber natürlich gibt es auch Probleme, die uns stören Da ist zunächst die relativ lange Fahrt zum Garten Meistens fahren wir mit dem Auto, weil wir auch immer viele Sachen mitnehmen müssen Vor allen Dingen, wenn wir am Wochenende dort bleiben wollen Ja, und es gibt auch Nachwuchsprobleme Einige Gärten stehen leer Und es ist schwierig, jüngere Leute zu finden Ja, wir werden unseren Garten, unseren Schrebergarten sicher noch eine Weile behalten Aber wir suchen längerfristig ein Haus, ein eigenes Haus mit Garten Das ist unser Traum Das Leben in der Stadt hat viele Vorteile Zum Beispiel ist der Weg zur Arbeit meistens kürzer Das ist nicht immer so Viele müssen von einer Stadt zur anderen zur Arbeit fahren Da lebt man besser auf dem Land und ist am Abend nach der Arbeit weg vom Stress Dafür braucht man aber ein Auto Und dann steht man morgens und abends im Stau Man kann ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Aber nur wenn es sie gibt Oft gibt es keine Und abends ist es ganz schlecht Ich möchte manchmal ins Kino oder in eine Kneipe Das geht nicht, wenn ich auf dem Land lebe Das ist vielleicht ein Nachteil Aber dafür hat man viel Natur und die Kinder können draußen besser spielen Aber wenn sie zur Schule müssen Dann ist der Weg sehr viel 5. In den Alpen wohnen Person 1 Die Alpen, das ist für mich die Landschaft vor der Tür Die Berge sind einfach da Immer, bei jedem Blick aus dem Fenster Einmal war ich ein halbes Jahr lang in Australien Als ich wieder zu Hause in Österreich war, war plötzlich etwas anders Mir ist aufgefallen, dass der Horizont nie offen ist Das ist mir erst nach diesem halben Jahr aufgefallen Da war ich so 20 Jahre alt Wenn man in den Alpen wohnt, dann gibt es das eben nicht Dass am unendlich weiten Horizont Himmel und Erde ineinander übergingen Die Berge sind auch der Ort meiner Freizeit Zu jeder Jahreszeit Skifahren und vor allem Skitouren im Winter Klettern, Mountainbiken Wandern und Pilze suchen in den Bergwäldern im Sommer Aber das wäre ja nichts wert Wenn nicht das Leben so bequem wäre wie überall sonst Ich habe alles in meinem Dorf, was ich brauche Person 2 Die Menschen in den Schweizer Bergen waren früher sehr arm Und mussten sehr hart arbeiten Hart ist es heute nur noch für die Bergbauern Weite Teile meiner Heimat sind Bergland Aber das Leben hier ist genauso modern wie in den flachen Teilen der Schweiz Der wichtigste Teil der Wirtschaft ist der Tourismus Aber der Tourismus braucht auch die Landwirtschaft Denn die Berglandschaft ist keine Naturlandschaft Das ist eine Kulturlandschaft Die haben die Menschen so geschaffen Seit vielen Jahrhunderten Und die muss man pflegen Jedes Jahr Wenn es keine Bergbauern mehr gäbe Gäbe es auch die Landschaft nicht mehr so, wie wir sie gewohnt sind Und dann ist das auch für die Touristen nicht mehr schön und interessant Und ohne Tourismus keine Arbeitsplätze Und keine Perspektive für die Zukunft Dann ziehen die jungen Leute weg Es gibt auch Regionen in den Alpen, die fast menschenleer geworden sind In die Alpen fahren, das war für mich als Hamburgerin identisch mit Urlaub machen Wandern im Sommer oder im Herbst Skifahren im Winter Aber seit ich hier lebe, ist das anders geworden Wichtig ist ein guter Arbeitsplatz Wichtig ist eine gute Ausbildung für die Kinder Und eine gute Infrastruktur Das braucht man zum Leben Und das ist das Problem Deswegen ziehen immer noch viele junge Leute in die Städte Wenn du nicht Bauer bist oder im Tourismus arbeiten möchtest Dann ist es schwer, eine gute Arbeit zu finden Ich bin deshalb froh, dass wir nicht zu weit von der Stadt weg wohnen Mein Mann und die Kinder fahren mit dem Bus in die Stadt Zur Arbeit bzw. in die Schule Ich fahre mit dem Auto, weil ich unregelmäßige Arbeitszeiten habe Wir sind vier Personen und jeder fährt jeden Tag 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück Das ist nicht wenig, aber viele haben einen viel weiteren Weg Kapitel 34 Begegnungen 2 Feste Text 1 Mann ist das voll hier Die finden wir nie Wo wollten wir uns treffen? Hier am Eingang Karim hat gesagt, sie würden hier auf uns warten Ich suche rechts und du links Und ich schleppe die ganze Zeit das Essen, oder? Dann gib mir die Tasche Und wenn ich sie gefunden habe, dann suchen wir dich Quatsch, dann ruft ihr mich einfach auf dem Handy an Dann können wir sie doch gleich anrufen, oder? Bei dem Lärm hört man kein Handy Schreib lieber eine SMS Hast du seine Nummer? Text 2 Der Karneval der Kulturen ist das größte Straßenfest des Jahres in Berlin Mit einer Million Besuchern, 380 Ausstellern und 4000 Tänzern und Musikern wird er jedes Jahr beliebter Der Umzug mit bunten Kostümen und Musik aus der ganzen Welt ist sicherlich der Höhepunkt des Festes Doch auch die anderen Veranstaltungen locken die Besucher zu Tausenden ins multikulturelle Berlin-Kreuzberg In Berlin leben, wie in fast allen deutschen Großstädten, viele ausländische Einwohner Und das wird mit diesem farbenfrohen Fest gefeiert Neben dem Integrationsgedanken und dem Werben für Toleranz steht die Entdeckung fremder Kulturen und exotischer Speisen beim Straßenfest an vorderster Stelle An den vielen Ständen können die Besucher Gerichte aus Afrika, Südamerika, Asien und Osteuropa probieren Beim Karneval der Kulturen in Berlin wird laut, bunt und ausgiebig, aber immer friedlich gefeiert Das Fest zeigt sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Heimatländer Text 3 Hallo, hier sind Miriam und Suse Wir sind gerade nicht da Hinterlass doch eine Nachricht Hallo Miriam, hier spricht Mehmet Hast du am Wochenende schon was vor? Hoffentlich nicht Am Freitag ist unser Straßenfest Alle Bewohner der Schillerstraße machen ein Fest Es gibt Essen und Trinken und natürlich Musik Eine tolle Liveband spielt richtig gute Musik zum Tanzen Und ich koche Du kennst ja mein berühmtes Börek Kommst du? Ich würde mich echt freuen Ach so, das hätte ich fast vergessen Bring doch Suse mit Das Fest beginnt schon am Nachmittag Ähm, so für Kinder mit Clowns und Spielen Ich glaube, um 3 Uhr geht's los Ruf mich doch an 3. Alte Heimat, neue Heimat 1. Ajit Meine Heimat ist Indien Genauer gesagt Kerala Da bin ich geboren Da lebt meine indische Familie Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen Und lebe sehr gern hier Trotzdem ist und bleibt Indien meine Heimat Ich glaube, man gewinnt Oder verliert die Heimat, wenn man ein Kind ist Da erlebt man sehr intensiv die Bilder, Töne und Gerüche Die man nie vergisst Wie gesagt, ich lebe richtig gern in Deutschland Und fühle mich hier zu Hause Aber Heimat ist noch etwas anderes als zu Hause sein 2. Nicole Ich habe im Wörterbuch nachgeschlagen, was Heimat bedeutet Da wird Heimat ungefähr so definiert Heimat ist das Land oder die Gegend, wo jemand geboren bzw. aufgewachsen ist Für mich trifft diese Definition von Heimat nicht zu Deshalb spielt es für mich auch keine Rolle, wo man geboren wurde oder aufgewachsen ist Ich verbinde den Begriff Heimat viel mehr mit Menschen und Erlebnissen, die mir etwas bedeuten Ich bin Türkin, aber ich bin in Deutschland geboren Nein, nicht in Deutschland, in Berlin Dort bin ich aufgewachsen und in die Schule gegangen Als Kind war meine Heimat Berlin Und ich habe viele Erinnerungen daran Meine Schulfreunde, unser Stadtviertel oder der Park, wo wir im Winterschlitten fahren konnten Heute ist meine Heimat Spanien Nein, eigentlich nicht Spanien, sondern Barcelona Hier lebe ich heute mit meinem Mann Unsere Kinder gehen hier zur Schule Unsere Freunde leben hier und ich bin glücklich Trotzdem denke ich oft an die Zeit in Berlin Ich glaube, man hat mehrere Heimaten Kann man das sagen? Gibt es Plural von Heimat? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll Das ist ein bisschen schwierig Also, Heimat ist für mich mehr ein Gefühl Eine Erinnerung an Menschen, Geräusche, Gerüche, die ich im Herzen trage Egal, wo ich gerade bin Deshalb ist für mich Heimat ein Ort, den man vermisst, wenn man ihn verlässt 5. Zugvögel Wo haben Zugvögel ihre Heimat? Warum können sich die Pflanzen ihre Heimat selbst aussuchen? Warum dürfen Menschen nicht ihre Heimat selbst wählen? Warum dürfen sie nicht ihre Existenz dort aufbauen, wo sie wollen? Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle Heimat kann das Lachen eines Kindes, das Verwelken eines Blattes und das Wahrnehmen eines Geruches sein Heimat ist ein Gefühl der Geborgenheit Gefühle kennen keine Grenzen 6. Ein Interview mit Nikola Leinovic Hallo Nikola Hallo Theo Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Interview Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ich heisse Nikola Leinovic Ich bin in Belgrad, in Jugoslawien geboren Ähm, 68 Ich bin verheiratet Meine Frau ist Deutsche Und wir haben zwei Kinder Und seit über 10 Jahren leben wir in München Und ich arbeite als Zeichner Warum hast du deine Heimat verlassen? Oh, das war ein Zufall Also mein Vater ist ein Maler Und er hatte eine Ausstellung in Florenz, in Italien Und ich bin einfach mit ihm nach Florenz gefahren und da geblieben Wie alt warst du damals? Ich war 20 oder 21 Jahre alt Und wie lange hast du dann in Florenz gelebt? 10 Jahre Wo hast du deine Frau kennengelernt? Auch in Florenz Also, das war so eine typische Geschichte In dem Studio, in dem ich damals gearbeitet habe, haben wir ein Fest gemacht Und sie ist auch gekommen und da haben wir uns kennengelernt Darf ich fragen, was sie in Florenz gemacht hat? Äh, sie hat studiert Kunstgeschichte Und sie hat ein Praktikum gemacht Und wann seid ihr nach Deutschland gezogen? Das war, ähm, 1999 Und seitdem lebt ihr in München? Ja Wie war das in München? Wie hast du da angefangen als Zeichner? Das war auch so ein Zufall Meine Frau hat eine andere Frau kennengelernt Und die hat gehört, dass der Langenscheid Verlag einen Zeichner sucht Und ich habe mich beworben Du hast die Lehrbücher von Berliner Platz illustriert In diesem Kapitel 34 solltest du das Gedicht illustrieren Äh, wie findest du das Gedicht? Ich finde es ganz schön Hast du eine Lieblingszeile? Ja, ja Ich habe zwei Lieblingszeilen Hier Heimat ist dort, wo ich mich wohl fühle Und Gefühle kennen keine Grenzen Deine Aufgabe war ja, eine Zeile des Gedichts zu illustrieren Warum hast du sie so gezeichnet? Ah, das war für mich selbstverständlich Ich habe mich und meine Frau gezeichnet Gefühle kennen keine Grenzen Ich bin ja wegen ihr hierher gekommen Also die Liebe geht über die Grenzen hinweg Klar, es ist vielleicht ein bisschen romantisch Aber es ist so Also das heißt, Heimat ist für dich auch die Beziehung? Liebe ist Heimat Also ein anderer Begriff von Heimat Ohne Ort, ohne Region und ohne Nationalität Genau, genau Ohne Nationalität Ich fühle mich wohl in München Also das ist jetzt meine Heimat Ich fühle mich als Münchner Als Münchner? Ja Dann danke ich dir für das Gespräch Ich danke dir 9. Wir sind Mutter und Tochter und Kolleginnen C. Kennzeichen B Kennzeichen B 20 Fragen an 100 Berliner aus aller Welt Gabriele Tank, Migrationsbeauftragte von Schöneberg Mein deutsches Lieblingswort ist In allen Sprachen liebe ich das Wort Liebe Heimat ist für mich Im Türkischen gibt es einen Spruch Heimat ist da, wo man satt wird Satt nicht nur vom Essen her Sondern satt, wo man sich wohlfühlt Wo man glücklich ist, wo man Freundschaften hat Typisch deutsch ist Streifheit Ein Vorurteil, dem ich persönlich ständig begegne ist Sie sind ja Türkin Sie sprechen sehr gut Deutsch und tragen kein Kopftuch Für meine Miete in Berlin könnte ich dort, wo meine Familie lebt Istanbul ist ziemlich teuer, von daher wird sich da glaube ich nicht viel nehmen Was mir in Berlin fehlt ist Mehr Freude in den Gesichtern der Menschen Dafür gibt es in Berlin ein bisschen zu viel Verkehr Wenn ich im Ausland Berlin erklären muss, sage ich Berlin ist mein Geburtsort Berlin ist vielfältig und spannend Als König von Deutschland würde ich Versuchen den Menschen die gleichen Chancen zu ermöglichen In der Bildung auch Bei Multikulti denke ich An Vielfalt Ich glaube Ich glaube an die Menschen, ich glaube an keinen Gott Ich esse am liebsten Currywurst Bei einem Mann achte ich zuerst auf Die Augen Als 13-Jährige wäre ich gerne Schauspielerin geworden Mein größter Fehler ist Ich möchte sehr viel sehr schnell erledigen Glücklich macht mich Mein Mann Mich ärgert im Moment Die aktuelle Diskussion über die Jugendgewalt Dieses Kompliment verunsichert mich Lob bringt mich recht schnell zum Erröten Diesen Menschen möchte ich gerne kennenlernen Ich hätte gern kennengelernt, Rosa Luxemburg Auf meinem Nachttisch liegt Ein Buch über die Frauenbewegung und Migrantinnen Kennzeichen B 20 Fragen an 100 Berliner und Berlinerinnen aus aller Welt Zum Hören auf Radio Multikulti 96.3 Zum Lesen heute in der Berliner Zeitung Kapitel 35 Arbeit im Wandel 1 Arbeit hat viele Gesichter Die Herr Jankovic, Sie haben lange Zeit keine Arbeit gefunden Und sind jetzt wieder angestellt Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Ja, ich habe lange gesucht Bis ich dann letzte Woche endlich einen Job bekommen habe Der Arbeitsvertrag ist auf ein Jahr befristet Naja, nicht optimal Aber heute schon fast normal Die meisten Leute hier sind nicht fest angestellt Kollegen sagen, ich soll mir keine Sorgen machen Weil die Jahresverträge doch meistens verlängert werden Es kommt zwar selten vor, dass ein Vertrag nicht verlängert wird Aber es passiert schon Besonders wenn jemand lang krank war oder herumgemeckert hat Aber meistens ist es eher so, dass Leute von sich aus aufhören Entweder suchen sie irgendwo anders etwas Oder sie machen sich selbstständig Aber wie gesagt, es gibt wenige Festanstellungen Hoffentlich gehöre ich zu den Glücklichen Die irgendwann einen unbefristeten Vertrag bekommen Das fände ich schon gut Weil mir die Arbeit wirklich Spaß macht Aber wenn ich es nicht schaffe Wage ich vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit Bei befristeten Stellen stellt man sich immer die Frage Wird mein Vertrag verlängert Oder bin ich bald wieder arbeitslos? Das kann ich mir für mich auf Dauer nicht vorstellen Hallo Sabine Na, schläft Lasse schon? Hey Anna, hallo Irina Ja, endlich Er hat heute Mittag nicht geschlafen und war todmüde Jetzt ist er endlich eingeschlafen Hier, schaut mal diese Anzeige Bürokauffrau gesucht, Homeoffice 16 Stunden in der Woche Was hältst du davon? Für dich? Homeoffice? Das heißt, du arbeitest zu Hause am PC Interessiert dich das? Ja, ich überleg's mir Seit vier Jahren bin ich jetzt Hausfrau Schließlich war ich vorher sieben Jahre berufstätig Vier Jahre Hausfrau Da wird es Zeit, dass du wieder anfängst Damit du nicht den Anschluss im Beruf verlierst Meint ihr, die Kinder sind noch zu klein? Lasse ist gerade zwei geworden Und Maria ist noch im Kindergarten Für Lasse kannst du eine Krabbelgruppe suchen Und du kannst dir die Zeit selbst einteilen Und auch arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind Ich würde es machen Aber wo soll dein Schreibtisch stehen? Ich könnte mir im Schlafzimmer einen Arbeitsplatz einrichten Ich wollte ja so und so neu streichen Dann hätte ich endlich mal einen Platz für mich Aber Homeoffice Das solltest du dir nochmal überlegen Ich habe gehört, dass die Leute, die das machen Immer viel mehr Stunden arbeiten, als vereinbart ist Ja, da muss ich aufpassen Aber das bekomme ich schon hin Jedenfalls brauchst du einen neuen Computer Vielleicht bekomme ich ja einen PC von der Firma gestellt Ich brauche aber bestimmt eine zusätzliche Telefonnummer Unbedingt Du musst privat und geschäftlich immer gut trennen Und was sagt Klaus dazu? Er ist doch so ein Familienmensch Und will bestimmt nicht, dass du abends oder am Wochenende arbeitest Ja Und stört dich dann die ganze Zeit beim Arbeiten Ich habe noch nicht mit ihm geredet Ich denke, der freut sich, wenn ich etwas dazu verdiene Das Geld könnten wir schon gebrauchen Und wenn ich selbst glücklicher bin, hat doch die ganze Familie was davon Stimmt Nichts ist schlimmer als eine unzufriedene, nörgelige Mutter Aber im Ernst Klaus muss das auf jeden Fall unterstützen Ja, der muss mitmachen Mit einem Arbeitsplatz zu Hause bin ich natürlich noch mehr in der Wohnung Schade ist nur, dass ich keine Kontakte zu Kollegen haben werde Und mit niemandem sprechen kann Du bist dabei doch sozial total isoliert Ach, das glaube ich gar nicht Die Kontakte laufen dann halt auch über den PC und das Telefon Du musst bestimmt ziemlich viel telefonieren Aber versuch es doch erstmal Wenn es dir nicht gefällt, suchst du dir eben was anderes Als Wiedereinstieg ist das bestimmt eine gute Sache Außerdem sparst du dir die Zeit und die Kosten für den Weg zur Arbeit Die Anzeige ist ja von einer bekannten Firma hier in Bremen Da bewerbe ich mich mal Und wenn sie mich zu einem Gespräch einladen Ich drücke dir jedenfalls total die Daumen Und wenn ihr dann mal Hilfe mit den Kindern braucht Sind wir ja auch noch da Meine Geschäftsidee? Reiner Zufall Meine Tante wurde krank und ich musste sie sechs Monate pflegen So fing es an Meine Tante hat mich draufgebracht Als ich ihr in der Zeit die Füße behandelte Fußpflege machte Sie sagte, wie herrlich, wenn man nicht immer zur Fußpflege gehen muss Warum kommen die nicht immer zu einem nach Hause? Das Gehen ist doch schon schwer genug Und so kam es Jetzt biete ich einen mobilen Fußpflegedienst an Und es läuft gut Schließlich bin ich Kosmetikerin Und habe auch viel Erfahrung mit älteren Menschen Die regelmäßig zur Fußpflege gekommen sind Ich habe einfach aus meiner Leidenschaft einen Beruf gemacht Ich frühstücke wahnsinnig gerne Um sieben Uhr oder um zwölf Uhr Ganz egal Alleine oder mit Freunden Aber am liebsten zu zweit Das Frühstück ist einfach die wichtigste Mahlzeit am Tag Nun biete ich einen Frühstücksservice an Für jede Gelegenheit Fast jede Gelegenheit Sie können bei mir zwischen sechs und zwölf Uhr Verschiedene Frühstücksmenüs bestellen Eine halbe Stunde später klingle ich an ihrer Tür Und bringe ihnen ein köstliches Frühstück nach ihren Wünschen Das ist mein Service Tja, ich habe einen Online-Verkauf angefangen Ladenmiete, Laufkundschaft, Öffnungszeiten Das war nichts für mich Da hätte ich ja jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen müssen Nee, nee, nee Jetzt fahre ich an zwei oder drei Tagen in der Woche mit meinem Kleinbus zu Haushaltsauflösungen und kaufe alle möglichen gebrauchten Gegenstände Ich bringe die Sachen in mein Lager und sortiere das Angebot Tische, Stühle, Besteck, Bücher, Bilder Ich habe schon fast alles gehabt Der Verkauf geht dann über das Internet Meistens über Auktionen Wie zum Beispiel Ebay Das klappt super Kapitel 36 Ein Leben lang lernen 1 Lerngeschichten Person 1 Viele Menschen haben irgendwann den Wunsch, eine neue Fremdsprache zu lernen Manche benötigen diese für ihren Beruf Andere, weil sie häufig in bestimmte Länder reisen Allerdings war es bei mir ganz anders Ich hatte ganz private Gründe, warum ich eine neue Sprache lernen wollte Mein Sohn hat auf einer Dienstreise eine Chinesin kennengelernt Sie wollen bald heiraten Zwar spricht meine zukünftige Schwiegertochter etwas Deutsch Bei Familientreffen ist das Verstehen jedoch schwierig Da in ihrer Familie niemand Deutsch beherrscht Für mich ist Chinesisch ziemlich schwierig Am Anfang habe ich gedacht, das lernst du nie Doch heute spreche ich schon ganz gut Zumindest sagt das meine Schwiegertochter Aber richtig zu schreiben werde ich wohl niemals lernen Person 2 Seit einiger Zeit sehe ich mir im Fernsehen die Kochshows an Die in fast allen Programmen laufen Was mich da am Anfang sehr erstaunt hat Ist, dass es in diesen Sendungen so viele Männer gibt Die richtig gut kochen können Kochen war früher etwas, was ich überhaupt nicht konnte Wenn Freunde zu mir zu Besuch kamen Gab es den Pizzaservice, der mir das Kochen abnahm Durch Zufall bin ich dann vor ein paar Monaten In einer Zeitung über eine Anzeige Auf einen Kochkurs für Männer aufmerksam geworden Und dachte mir, warum nicht? Heute bin ich sehr froh darüber Dass ich mich für diesen Kurs angemeldet habe Mittlerweile koche ich richtig gut Kochen ist gar nicht so schwierig Man muss nur wissen wie Ich habe im Kurs viele Tipps von der Kursleiterin bekommen Und gute Rezepte gelernt Jetzt mache ich den fortgeschrittenen Kurs Der Pizzaservice kann mich ab sofort vergessen Person 3 Seit einem halben Jahr bin ich Rentner Ich liebe Musik Für mich geht mit Musik alles besser Mein ganzes Leben lang wollte ich ein Instrument spielen lernen Aber durch den Beruf und die Familie hatte ich nie Zeit dafür Nun bin ich Rentner und dachte, ich sei zu alt dafür Ich habe mir das nicht mehr zugetraut Meine Frau hat mir dann zu Weihnachten Einen Gutschein für die Musikschule geschenkt Das war eine Überraschung Nun lerne ich seit einem halben Jahr Keyboard Und was soll ich Ihnen sagen? Ich lerne mit Erfolg Es macht mir unheimlich Spaß Natürlich muss man Ausdauer und Geduld haben Und den Unterricht regelmäßig besuchen Aber selbst Musik zu machen Ist das Beste, was einem passieren kann 5 Wie man am besten eine Fremdsprache lernt A Wie lernt man am besten eine Fremdsprache? Das ist unsere Frage an Sie Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Ratschläge können Sie dazu anderen Lernern geben? Wir haben Deutschlernende nach ihrer Meinung gefragt Beispiel Ja, also ich bin der Meinung, dass man eine Sprache am besten von denen lernt, die sie sprechen Sprachreisen bieten Gelegenheit dazu Aber auch ein Urlaub Wenn man sich auf die Sprache und Kultur des Landes einlässt Zwar kommt niemand nach zwei Wochen Granada mit fließendem Spanisch zurück Aber man hat sich eine Basis geschaffen An die man anknüpfen Und die man nach dem Urlaub in Sprachkursen ausbauen kann Ich habe auf diese Weise sehr gut Spanisch gelernt Nummer 1 Also meine Methode war und ist ein Klassiker Nämlich der Vokabelkasten Ohne sicheren Wortschatz spricht man nämlich keine Sprache Zurzeit lerne ich mit meinem Vokabelkasten Russisch Er ist mit kleinen Karteikärtchen in fünf Fächern gefüllt Auf die Vorderseite der Kärtchen kommt eine deutsche Vokabel Auf die Rückseite die russische Übersetzung Alle neuen Vokabeln kommen immer ins erste Fach Zieht man dort ein Kärtchen und kennt die Übersetzung Wandert sie ins zweite Fach Falls nicht, kommt es ins erste Fach zurück Ist Fach 1 abgearbeitet, passiert das gleiche mit Fach 2 und so weiter Wenn die Kärtchen im Fach 5 angekommen sind Dann hat man die Wörter gut gelernt Sie werden dann am seltensten wiederholt Die Wörter im Fach 1 aber jeden Tag Den Vokabelkasten gibt es jetzt auch als Computerprogramm Das will ich demnächst mal ausprobieren Nummer 2 Also für mich muss eine Sprache ins Ohr gehen Ich denke, der Klang einer Sprache, ihre Melodie und ihr Rhythmus sind ebenso wichtig wie der Wortschatz Für mich waren deshalb Hörbücher ideal, um mich sozusagen in die Fremdsprache einzuhören Meine Wortschatz zu erweitern, die Sprache immer weiter zu verbessern Und mich bei langen Reisen auf das Urlaubsland einzustellen Das gleiche kann man erreichen, wenn man fremdsprachliche Radiosender hört Mein Tipp ist, hören Sie gemeinsam Nachrichten und diskutieren Sie, was alles passiert ist Nummer 3 Also, ich bin der praktische Typ Ich kann eine Fremdsprache nicht dadurch lernen, dass ich mich hinsetze und Wörter auswendig lerne Ich muss mich dabei bewegen Etwas machen, zum Beispiel kochen Kochen ist eins meiner Hobbys Und ich lerne gerade die französische Küche kennen Dabei lerne ich problemlos die Sprache Denn wenn man gutes französisches Essen zubereiten möchte Liest man zuerst ein Kochbuch, in dem man auf viele neue Wörter stößt Während ich die Zutaten einkaufe und das Essen zubereite Wiederhole ich die neuen Wörter immer wieder Am Ende bleiben sie so besser im Kopf Diese Methode, Wörter praktisch zu lernen, ist für mich besser als eine Vokabelliste Probieren Sie es doch mal aus Wir befinden uns im Wohnzimmer der Familie Redlich Vater Redlich sitzt gemütlich in seinem Fernsehsessel und buchstabiert im milden Schein der Leselampe seine geliebte Bild-Zeitung Mutter Redlich poliert ihren geliebten Gummibaum Beider Sohn sitzt über seinen Schulbüchern und macht seine Hausaufgaben Er versucht es zumindest Raststätte 12 3 Ein Krimi Tod auf Rügen C Guten Morgen Frau Berger Mein Name ist Müller Helmut Müller Ich bin Privatdetektiv Ah Guten Tag Herr Müller Sie wissen warum ich hier bin? Ja ähm Wegen Axel Können Sie mir erzählen was vorgestern passiert ist? Nein, ich war nicht dabei Aber Sie sind mit Herrn Fiebig weggegangen? Schon Wir waren alle bei den Leuchttürmen Und Frau Schmitz hat über die Architektur geredet Das hat uns nicht interessiert Und wir sind dann vorausgegangen Axel wollte Fotos machen Wer war noch dabei? Sven Mein Mann Und wo waren Sie als der Unfall passiert ist? Ich Ich bin zu den Leuchttürmen zurückgegangen Allein? Nein, natürlich mit meinem Mann Er war dauernd dabei Haben Sie sich mit Herrn Fiebig gestritten? Woher wissen Sie das? Nein Äh Nur ein bisschen Axel Äh Herr Fiebig hat dauernd Fotos von mir gemacht Und das wollte ich nicht Stellen Sie sich vor, wenn das mein Mann gemerkt hätte Ja, ich bin dann weggegangen Hallo, Herr Berger Mein Name ist Helmut Müller Privatdetektiv So ein richtiger Privatdetektiv wie im Krim? So ungefähr Herr Berger Was können Sie mir über Herrn Fiebigs Unfall erzählen? Nichts Leider gar nichts Ich war nicht dabei Und wo waren Sie? Ich bin am Hochufer entlang spaziert Und habe die Aussicht bewundert Ihre Frau sagt aber Sie sind dauernd mit ihr zusammen gewesen Was? Das hat sie bestimmt vergessen Wir haben uns an der Unfallstelle getroffen Aber es war schon zu spät Dann hätte ich noch eine Frage, Herr Berger Axel Fiebig hat eine sehr teure Fotoausrüstung Die Polizei hat sie überall gesucht und nicht gefunden Man vermutet einen Diebstahl Diebstahl? Quatsch Die Ausrüstung lag doch an der Unfallstelle Und ich habe sie im Hotel abgegeben Es war aber kein Film in der Kamera Das ist nicht nur害ig Das ist nicht nur bei meiner Sicht Ich habe es aber noch nicht Wir haben uns einladen